Guten Abend meine Damen und Herren und herzlich Willkommen hier am Hamburger Institut für Sozialforschung. Mein Name ist Julia Hörath, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Haus und Mitglied der Forschungsgruppe Makrogewalt und meine Aufgabe ist es, heute Abend Sie als Moderatorin durch die Veranstaltung zu führen. Es freut mich sehr, Sie zu dem Vortrag von Thomas Schäffer zwischen Befehlsverweigerung und blinder Gefolgschaft, soldatische Widerständigkeiten und ihre Grenzen im Falle eines Luftangriffs zu begrüßen. Der Vortrag ist der letzte von drei Vorträgen in unserer Reihe Gewalt im Prozess, in der wir uns mit der Dynamik von Gewaltereignissen und dem Zusammenhang von Ereignis, Prozess, Temporalität und Sequentialität beschäftigen. Mit seinem heutigen Vortrag führt Thomas Schäffer uns in die Methode der transsequentiellen Analyse ein, die es ermöglicht, der Verkettung von Ereignissen innerhalb eines Prozesses anhand konkreter Objektbezüge auf die Spur zu kommen. Durch sein Vorgehen überwindet Thomas Schäffer jene narrative Überzeugung von Prozessen aus der Ex-Post-Perspektive, die mir als historisch arbeitende Politologin in wissenschaftlichen Texten doch recht häufig begegnet. Gerade diese empirische Fundierung von Prozessen und Verfahrensabläufen macht Thomas Schäffers Arbeit in meinen Augen so faszinierend. Thomas Schäffer studierte Soziologie an der Universität Bielefeld und promovierte 1998 mit der Studie Fallherstellung und Deutungsmacht eine Art analytische Ethnographie des Asylverfahrens in Deutschland. Sein wissenschaftlicher Werdegang führte ihn anschließend an die University of Lancaster als Leiter einer Eminöter Forschungsgruppe an die FU Berlin und im Rahmen des Heisenberg-Programms der DFG an die Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 2013 ist er Professor für Soziologie und Sozialpsychologie mit Schwerpunkt interpretativer Sozialforschung an der Goethe-Universität Frankfurt und seit 2019 geschäftsführender Direktor des dortigen Instituts für Soziologie. Aus seinem umfangreichen Publikationsverzeichnis möchte ich insbesondere seine ethnografischen Arbeiten über die Politik in Abgeordnetenbüros des Deutschen Bundestages, die urbane Kriminalprävention, über amerikanische, deutsche und englische Strafgerichtsverfahren und wie bereits erwähnt über die Asylpolitik in Deutschland hervorheben, in denen er sein methodisches Vorgehen entwickelt hat. Bitte begrüßen Sie mit mir Thomas Schäffer. Ja, sehr schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das ist ja jetzt so für mich ein Auswärtsspiel. Frankfurter und Berliner sozusagen hier in Hamburg. Ich gucke mal, wie das so funktioniert hier bei euch. Mein Vortrag beruht auf einer Einzelfallstudie. Im Grunde ein Transkript. So viele Einblicke in die militärische Praxis haben wir nicht. Das ist sozusagen ein Transkript, was im Zuge eines Untersuchungsausschusses veröffentlicht wurde und wir haben mit einer kleinen Arbeitsgruppe in Frankfurt dieses Transkript seziert, könnte man sagen, und versucht zu verstehen, was dort vor sich ging. Das war nicht ganz einfach, aber ich glaube, wir haben jetzt sozusagen da einiges mit machen können. Und bevor ich dieses Transkript und die besondere Analyse, den Aufschluss sozusagen, Ihnen vorstelle, wollte ich so ein paar Grundlegungen aufzeigen, damit Sie mein Denken einordnen können sozusagen. Und wichtig ist erstmal jetzt für diese Studie der Versuch, also das Militärische als eine organisierte Ausübung von Gewalt zu verstehen. Und im Grunde kandidieren insbesondere zwei Analytiken für so ein Verständnis. Das sind einmal die ethno-methodologischen Studies of Work, wo angefangen mit Harold Garfinkel Arbeitsplätze im Grunde beforscht wurden und geguckt wurde, wie die Members dort an sie gestellte Anforderungen und Aufgaben methodisch abarbeiten. For all practical purposes, immer mit dem Versuch, auf der Höhe des Augenblicks einer Bearbeitung nachzuvollziehen, wie die Mitglieder der Organisation die Frage What Next systematisch beantworten. Und da wird schon dieser erste Punkt auch ein Motiv der transsequentiellen Analyse deutlich. Es ist für die Perspektive ganz wichtig, dass wir die Geschichten nicht vom Ende her begreifen, sondern im Grunde inmitten der Geschehnisse auch Respekt dafür entwickeln, welche Schwierigkeiten jeweils sich in Momenten stellen und wie diese dann kompetent bearbeitet werden. Das ist sozusagen die Studies of Work mit so einem Fokus auf Kollaboration und dieses Methodische, auch mit so einer Art Success Bias guckt man sich das an, dass man sagt, ja, die Mitglieder wissen schon, was sie tun und sie sind auch kompetent darin, haben das Know-how und wir als Forschende lernen von ihnen. Das ist sozusagen diese Art der ethno-methodologischen Mentalität. Eine andere mikroanalytische Forschung von Organisationen hat einen anderen Schwerpunkt. Das sind sozusagen die Ansätze der Mikropolitik in Organisationen. Und dort ist nicht so sehr der Fokus auf Kollaboration gerichtet und auch nicht so sehr darauf gerichtet, zu schauen, welches Know-how die Mitglieder haben, um bestimmte praktische Probleme und auch Objekte zu handeln, sondern bei den Mikropolitiks geht es um die Kämpfe in Organisationen. Und es gibt einen starken Fokus, sozusagen diese Kämpfe von den Taktiken her zu verstehen, die dann bestimmte Fraktionen innerhalb der Organisation zur Anwendung bringen. Also es ist im Grunde eine Machtanalytik, die aber auch wiederum, wenn man es ernst nimmt, die Macht nicht einfach als eine verteilte Macht versucht zu verstehen, sondern die Macht inmitten der Kämpfe zu betrachten, wie sie ablaufen und geführt werden, wiederum mit offenem Ausgang. Also so wie die Teilnehmenden, die Organisationsmitglieder nicht wissen, werden sie ob siegen oder wie wird der Ausgang eines Kampfes aussehen, geht es hier dann auch darum, wie in die Kämpfe investiert wird. Mit welchen Mitteln versucht man dort sozusagen eigene Interessen durchzusetzen. Ein zweiter gedanklicher Rahmen, der wichtig ist für die folgende Fallstudie, ist so etwas, was ich mittlerweile kritische Ethnomethodologie nenne. In Frankfurt muss ja alles kritisch sein, deswegen kommt man irgendwie nicht umhin, selbst als Ethnomethodologe sich Gedanken zu machen, die Dinge auch kritisch zu betrachten. Die Vorstellung ist die, also die Ethnomethodologie, wie ich vorhin bezogen auf die Studies of Work sagte, hat sehr stark die Neigung, die Mitglieder bei ihrem fortwährenden Abarbeiten von Vollzugs- und Bezugsproblemen zuzuschauen und wenn sie in ethnomethodologische Studien reingucken, dann werden sie immer finden, dass dieses den Mitgliedern auch gelingt und man dann im Grunde von Ethnomethoden spricht, mit denen dieses Gelingen sozusagen mehr oder weniger stabilisiert wird. Was wir heute beobachten können, ist womöglich etwas, was dann auch die Ethnomethodologie, aber auch die Soziologie herausfordert. Das sind sozusagen existenzielle Probleme, die gesellschaftlich etabliert sind. Also es gab sozusagen erfolgreiche Problematisierungen, die von bestimmten Apparaten geleistet wurden, nehmen sie den Klimawandel. Heute sind wir sozusagen gesellschaftlich überzeugt davon, dass es diese Problemstellung tatsächlich gibt. Es gibt Klimaleugner, aber die werden dann auch schon so bezeichnet, als nicht mehr ganz sozusagen zu Recht, nicht mehr ganz ernst zu nehmen in dieser Debatte. Und dieses Problem ist so weitgehend etabliert, dass wir das Drängen dieses Problems, also auch wenn wir Wetterextreme haben und so weiter, die Einzelfänomene einordnen vor dem Hintergrund dieses existenziellen Problems und uns mittlerweile bewusst sind, obwohl das praktisch noch kaum eingeholt wird, dass dieses Problem unbedingt bearbeitet werden muss und zwar erfolgreich, weil wir sonst sozusagen die Reproduktionsfähigkeit unserer Gesellschaft aufs Spiel setzen. Und wenn man jetzt in die Geschichte guckt, auch der Soziologie, auch in die Geschichte sozusagen von Vergesellschaftung, dann wissen wir, es gibt verschiedene solcher existenziellen Probleme. Der Klimawandel ist sozusagen ein relativ neues oder die ökologische Frage relativ neu. Die Soziologie ist selber groß geworden sozusagen mit der sozialen Frage, die in einer bestimmten Phase auch, in der sie sich gestellt hat, existenzielle Züge trägt, beziehungsweise heute auch in den meisten Regionen, die wir kennen, der im globalen Maßstab auch existenzielle Züge trägt, dass sie sozusagen so weitgehend und ungelöst ist als eine Verelendung, dass auch die sowas wie eine Vergesellschaftung in Frage steht oder wir es auch mit sowas wie Failed States zu tun haben. Und die klassische existenzielle Frage ist dann der Krieg. Und was man an dem Krieg besonders gut sieht, ist, dass wenn wir es mit einem Krieg zu tun haben, dann hat dieses existenzielle Problem die Neigung, so etwas wie Arbeitsteilung oder Differenzierung in der Gesellschaft zurückzufahren und eine generelle Mobilisierung sozusagen zu fordern. Das heißt, Beiträge aller Apparate, die eine Gesellschaft aufzubieten hat, um dieses Problem zu bearbeiten. Ja, es gibt dann, man kann sich dann in solchen Zeiten, in denen existenzielle Probleme sich wie einen Schatten sozusagen über die Gesellschaft legen, in keinem der Arbeitsfelder der Apparate mehr sich zurückziehen und sagen, damit haben wir sozusagen nichts zu tun. Und dieses allgemeine generalisierte Drängen ist jetzt auch ein Drängen, was sozusagen hineinwirkt in das, was die Ethnomethodologie sozusagen mehr oder weniger selbstgenügsam an Praktiken beobachtet in verschiedenen Organisationen und Arbeitsfeldern und dieser Gelingens-Bias, mit dem die Ethnomethodologie sehr viel aufschließt und zeigt, was an Know-how und Kapazitäten im Grunde vorhanden ist. Diese Kapazitäten werden, man könnte sagen, einem Stresstest unterzogen, werden Realitätsprüfungen unterzogen und die Frage ist, eine empirische Frage tatsächlich und für uns auch alle eine schmerzliche Frage, ob uns gelingt, mit diesen Problemen tatsächlich zu Rande zu kommen. Das ist im Augenblick eine gänzlich offene Frage. Man kann wahrscheinlich sogar eher pessimistisch als optimistisch sein. Und dann der dritte gedankliche Bezug, der führt jetzt tatsächlich konkreter zu der Fallstudie hinüber. Also vielleicht sehen Sie an der Folie davor, warum dann auch für mich so etwas wie eine Befassung mit militärischer Gewalt und mit Kriegskontexten wichtig wird, weil das tatsächlich ein apparativ bearbeitetes existenzielles Problem neben anderen ist. Ein Problem, was dann auch sehr viel, wie wir wissen von der militärischen Organisation, sehr viele Ressourcen und Mittel bindet, die eine Gesellschaft hervorbringt. Die transsequentielle Analyse. Entschuldigen Sie diese furchtbaren Abkürzungen. Ich hätte das natürlich auch einfach schreiben können. Andererseits zu TSA könnte man fast, also das klingt auch nicht cool. Ich hätte es einfach ausschreiben sollen. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Also TSA, transsequentielle Analyse, ist nun die Vorstellung, dass wir immer ausgehend von konkreten Episoden uns nicht nur fragen, wie gelingt es Menschen zum Beispiel, nehmen Sie so etwas wie Konversation, also eine Konversation zu betreiben, ein Gespräch zu betreiben, eine soziale Situation zu führen, so wie wir jetzt hier sozusagen auch eine bestimmte Veranstaltung machen. Und man könnte sich mikroanalytisch ganz darauf zurückziehen und sagen, wie gelingt es uns hier, so eine Art Vortrag gemeinsam herzustellen. Das könnte man machen, aber die transsequentielle Analyse geht darüber hinaus, weil sie sagt, die Leute haben jetzt nicht nur sozusagen das Bestreben, erfolgreich miteinander Interaktion zu machen, sondern in diesen Interaktionen werden auch gemeinsam irgendwelche Gegenstände bearbeitet. Und Gegenstände bearbeitet auch in einer Weise, dass nach der Situation, nach der Interaktion, ein Gegenstand in gewisser Weise, also die Hoffnung zumindest der Bearbeitung, weiterentwickelt wurde. Man könnte sich in dem Sinne Seminare angucken und sich fragen, wie erwächst da so etwas wie ein Wissen, ein soziologisches Wissen zum Beispiel, wo dann am Anfang eines Seminars hoffentlich das Wissen noch nicht so ausgebildet war wie am Ende. Und das ist hier so auch die Vorstellung, dass wir diese sozialen Situationen auch anschauen können als Episoden im Prozess. Also Episoden, die in einem Prozess der Fertigung, der Produktion, der Schöpfung einen bestimmten Beitrag leisten und die Mitglieder auf diesem Beitrag orientiert sind. Und das sieht man dann, wenn man ein Gefühl dafür bekommt, welches Objekt denn zur Bearbeitung steht. Also die Mitglieder im Grunde versammeln sich um bestimmte Objekte, zu denen sie Beiträge liefern. Und was dann das Spannende ist, ist, dass wir auf diese Art Objekte im Werden antreffen. Also Objekte, die selber wiederum noch nicht fertig sind, sondern die dann mehr oder weniger und halbfertig und so weiter bestimmte weitere Arbeitsschritte fordern. Und wie Sie wissen, zum Beispiel von der eigenen Produktion von Texten zum Beispiel, wenn man jetzt einen Text fertigt, dass man dann dieses Objekt am Anfang noch mehr oder weniger offen für Beiträge vorfindet. Dann kann man noch sehr viel machen, während am Ende dieser Bearbeitung sich dieser Möglichkeitsraum zusehends schließt und das Objekt uns eher ins Schlepptau nimmt als andersrum und wir dann sozusagen nur noch unseren Tribut zollen müssen, um diesen verdammten Text endlich fertig zu kriegen. Und in diesem Beispiel jetzt einer Bombardierung der Tanklastzüge in Afghanistan tauchte jetzt eine Besonderheit auf. Nicht nur das Objekt des Befehls, was in dem Bearbeitungsprozess sukzessive sozusagen ausgefüllt wird, sondern es tauchte auch noch etwas anderes auf, was ich provisorisch vielleicht auch nicht, könnte man, also muss man diskutieren, als Antiobjekt bezeichnet habe. Also kollektive Anstrengungen der Befehlsempfänger, den Befehl in gewisser Weise in Frage zu stellen. Und diese kollektiven Anstrengungen, die sich auch sukzessive erst entfalten, auch sehr vorsichtig entfalten, das werden Sie gleich sehen, weil es tatsächlich sensibel ist, gegen einen Befehl zu arbeiten. Dieses Antiobjekt wird sozusagen gegen das Leitobjekt des Befehls in Stellung gebracht. Und ich führe Sie jetzt sozusagen hindurch durch diese Karriere des Antiobjekts. Ich werde jetzt nicht so viel sagen zu dem Befehl selbst, weil der Befehl selbst tatsächlich eine recht kurze Karriere hat, der wird nämlich ausgesprochen, sozusagen als ein Sprechakt und dann ist er im Raum und hart sozusagen der Vollendung durch den Abwurf der Bombe. Aber während dieses Objekt von Zweikampfjets und der jeweils zweiköpfigen Besatzung bearbeitet wird, tun Sie auch noch etwas anderes. So, damit kommen wir zu dem Fall, der auch glaube ich immer noch so auch im kollektiven Gedächtnis ist. Das selber wäre interessant zu untersuchen, was dann eigentlich von so einer militärischen Einsatz dann sozusagen bleibt. Der Kunduseinsatz hat bis heute sozusagen auch ein schlechtes Image sozusagen. Das ist als eine Fehlleistung eingegangen sozusagen in die Geschichte der Bundeswehr. Aber im Moment der Ausführung sahen die Dinge tatsächlich anders aus, wobei, wie Sie sehen werden, es auch von Anfang an bestimmte Befürchtungen gab. Der Oberst Klein, der den Befehl zur Bombardierung der beiden Tanklastzüge gab, musste sich später rechtfertigen für das, was passiert ist vor einem Untersuchungsausschuss. Das ist dann sozusagen der Verteidigungsausschuss, der dann als Untersuchungsausschuss fungiert. Er wurde dort vorgeladen, wobei man sich das jetzt nicht zu feindselig vorstellen darf. Also soweit Mitglieder des Ausschusses berichteten, wurde er mit Tischklopfen begrüßt bei der Anhörung und hatte sozusagen recht freie Hand, die Ereignisse aus seiner Sicht vorzustellen. Es ist in dem Sinne auch wichtig, sich vor Augen zu führen, dass er freie Hand hatte, weil von seiner Rolle im Grunde kaum Dokumente vorliegen, die ihn in irgendeiner Weise in seiner Darstellung disziplinieren würden. Er konnte eine recht freie Vorstellung geben von dem, was ihn damals sozusagen bewegte, weil es von der Leitzentrale keinerlei sozusagen Rechenschaft gab, die nahe an diesem Ereignis lagen. Das waren sozusagen alles schöne, bereinigte, geblackboxte Versionen dessen, was passiert ist. Und er hat dann so etwas gesagt, aus der Sicht eines objektiven Betrachters war es beim damaligen Kenntnisstand unwahrscheinlich, dass sich zu dieser Zeit Menschen dort aufhielten, die nicht in irgendeiner Art und Weise an der Entführung der Tanklastzüge und der Tötung eines Fahrers beteiligt waren. Es sind dann solche Versionen, die sozusagen auch rechtlich hier das Kommando sozusagen auf die sichere Seite bringen, weil es immer darauf ankommt, zu sagen, zum Zeitpunkt des Befehls mussten wir davon ausgehen, dass es hier sich rundweg um Aufständische handelte. Der Befehl ist in diesem Sinne auf der sicheren Seite und der Befehl ist dann das, was wir ja von Max Weber kennen, ein Objekt, das sozusagen top-down durch eine Befehlskette wandert und so wie Max Weber das auch konzipiert hat, also eine sehr berechenbare Größe wird und diese militärische Organisation als bürokratische Organisation par excellence tatsächlich garantiert, dass was man oben reingibt, unten auch rauskommt sozusagen. Und was wir jetzt aber sehen werden bei diesem Fall ist, dass es durchaus so etwas wie Angriffspunkte und Anfälligkeiten gibt, aber dazu jetzt mehr. Noch zum Kontext, das ist sozusagen die Skizze, die gegeben wurde von der ganzen, von dem Einsatzzusammenhang und der Einsatzorganisation im Zuge des Untersuchungsausschusses und man hätte hier den Eindruck sozusagen, dass hier alle Beteiligten sozusagen auf bestimmte Weise miteinander verbunden sind und sich sozusagen so ein Einsatzkörper, ein Kollektivkörper ergibt, wo dann der Oberstklein vermittelt über den Red Baron 20, also der die Befehle weitergibt zu den Flugzeugen, hier den Befehl ausspricht, von den Flugzeugen immer gleichzeitig mit einer Videoüberwachung versorgt wird, dass er weiß, was passiert dort bei den Tanklastzügen, welche Bewegungen finden dort statt, diese Videoaufnahmen zeigen im Grunde ganz viele dort sozusagen Punkte, also man sieht sozusagen die Menschen dort bei den Tanklastzügen nur noch so als Punkte, die sich irgendwie bewegen und das ist dann sozusagen auch die eine Grundlage für den Befehl. Eine andere Grundlage sehen wir dort, ein Informant, ein ominöser Informant, der aber immer im Dunkeln bleibt, der am Boden sozusagen die Information weitergibt, was sich denn dort zuträgt. Wenn man jetzt genauer hinguckt, wie dann aber diese Befehlsbearbeitung sich vollzieht, dann sieht man, wir haben es hier mit einem Funkverkehr zu tun, der in bestimmter Weise geordnet ist und da muss ich Sie jetzt ein bisschen quälen sozusagen, das ist ein bisschen komplizierter, es gibt sozusagen drei verschiedene Kanäle, über die dieser Funkverkehr abgewickelt wird. Der erste Kanal, und das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, das sollte eigentlich immer dunkel unterlegt sein, der erste Kanal betrifft sozusagen das Leitkampfflugzeug. Das ist, weil die Besatzung dort hintereinander sitzt, sprechen die über Funk miteinander, obwohl sie sich im gleichen Flugzeug befinden, das ist dann sozusagen der Waffenoffizier und der Pilot, W1 und P1 habe ich sie genannt. Beim zweiten Channel, der zweite Kanal, da treten die beiden Flugzeuge miteinander in Kontakt, das können alle Besatzungsmitglieder hören, was dann Pilot 1 mit Pilot 2 kommuniziert. Das wäre dann sozusagen, darf man das eigentlich, das ist glaube ich schlechter Vortragstil, wenn man auf den Stuhl steigt und hier die Zeit. Aber das wäre dann dieser Kommunikationsraum, der sich dadurch eröffnet. Wichtig ist, also wenn die beiden miteinander kommunizieren, dann können es auch nur die beiden hören, nicht die anderen. Das wird noch ganz wichtig werden. Wenn die beiden Flugzeuge miteinander kommunizieren, können es auch JTAC und Commander nicht hören. Und erst im dritten Channel tritt dann P1 mit dem JTAC in Kontakt und das kann dann der Commander mithören und das kann auch der Waffenoffizier mithören. Also das ist dann sozusagen hier die Funkkommunikation zwischen JTAC und P1. Das ist hier die Kommunikation zwischen P1 und P2 und oben zwischen W1 und P1. Aber immer auch mit anderen Zuhörerschaften. Also wir werden jetzt sehen, wie beim Switchen der Funkkanäle bestimmte Dinge möglich werden, die man, wenn das alles sozusagen transparent wäre, gar nicht machen könnte. Im Grunde mit Goffman könnte man sagen, diese Kanäle erlauben es, Vorder- und Hinterbühnen zu gestalten, um bestimmte Dinge zu tun. Ich lasse das mal aus, weil hier hätten wir noch mal einen kurzen Einblick in so militärische, die mitlaufende militärische Rechenschaft, wo man aber sehen würde auf Anhieb, dass sie eigentlich durchgängig den ganzen Fall entproblematisiert. Also es treten aufgrund dieser Berichte keinerlei Fragen auf und keinerlei Zweifel, dass sich das alles ordentlich verhält. Wenn man jetzt in die deutsche Presse gucken würde, die kurz danach dann sich auf den Fall stürzte, da wird dann der Fall natürlich hochgradig fraglich und es wird auch zum Gegenstand einer Skandalisierung gemacht. So, jetzt steigen wir mal ein in die Karriere des Anti-Objekts. Und die Karriere des Anti-Objekts, die kann man jetzt erstmal nicht beschreiben, ohne kurz nochmal einzutauchen in das, was man als die Befehlskommunikation beschreiben könnte, die hier in diesem Fall dann recht auch technisch verläuft. Es wird angegeben, sozusagen der Ort oder die Konstellation, die zu bombardieren ist, die wird kurz erläutert mit roughly 50 up to 70, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist nicht im Transkript, das Transkript wird geweist und geschwärzt, was die Analyse erschwert natürlich. Es gibt sozusagen bestimmte Auslassungen, aber diese 50 bis 70, wie auch immer, werden dann noch auch sehr wichtig werden. Und P1 dokumentiert sozusagen auch die Annahme dieses Befehls zusammen mit Informationen des eigenen Standorts und der Wetterbedingungen. Ja, aber hier ist der sozusagen, der Befehl wird hier nochmal entgegengenommen. Und kurz nach dieser Befehlsentgegennahme, die ja auch der Waffenoffizier mithört, also er hat zumindest die Möglichkeit, hier fragt dann der Pilot seinen Waffenoffizier, ob er gehört hat, was der JTAC gesagt hat. Also, did you hear what the JTAC said? Der Waffenoffizier war mit anderen Dingen beschäftigt, sagt no, he said get ready for 50 to 70 packs at this specific location. Packs bedeutet person approximate, also so eine, das ist sozusagen so eine Sprachregelung. Und dann sagt W1, what the, und dann kommt explicative, das ist irgendwie eine Art von Fluch. Das ist das, was man dann sagen könnte, was so eine Art der, das ist eine Entgegennahme von, wir wissen jetzt nicht genau, worauf sich das bezieht, das ist aber total wichtig zu diesem Zeitpunkt, dass wir das nicht wissen, weil es im Grunde einfach nur so eine Art der, des Zögerns ist, der, des Ausdrucks einer wie auch immer gearteten Irritation, die er dort zum Ausdruck bringt. Wir sehen dann in dem, was darauf folgt, dass der P1 nur sagt und dadurch vielleicht signalisiert, dass er das durchaus registriert hat, aber er darauf weiter erstmal nicht eingeht. Also wir haben es in dem ersten Schritt, der Einstieg sozusagen, das ist das Argument, in die Karriere des Antiobjekts wird hier nur mit einem Zögern vollzogen. Das ist im Grunde eine Kleinigkeit, die einem vielleicht sonst gar nicht auffallen würde, aber es wird hier sozusagen etwas markiert, was nicht normal ist. Und jetzt ist die Frage, wie steigt jetzt sozusagen die Relevanz, also wie steigt man ein in so etwas wie die Schöpfung eines Antiobjekts und das vollzieht sich hier dadurch, dass dieses Zögern zu einem Ausdruck eines persönlichen Anzweifelns gemacht wird. Also er kommt mit der Katze aus dem Sack, könnte man sagen, der Waffenoffizier, indem er sagt, Jude, we can't bomb that man. Also er bringt das sozusagen zum Ausdruck auch schon in der Orientierung. Man sieht mit dem We, dass es sozusagen einen Anrufungskarakter hat, das können wir beide sozusagen nicht machen. Und das ist in dem Sinne ein Ausdruck, der womöglich auch markiert, dass hier diese Crew sich in gewisser Weise kennt, dass die beiden sozusagen Kameraden sind, wo man womöglich eine gewisse Vertrauensbasis hat, weil es natürlich riskant ist, so etwas zu sagen vor dem Hintergrund, dass man damit andeutet, man wäre womöglich bereit, den Befehl zu verweigern. Das wird hier aber in diesem, man könnte sagen, quasi privaten Rahmen gesagt und der W1 setzt sich damit natürlich in gewisser Weise den Risiko aus, dass er nicht weiß, wie sein vorgesetzter Pilot darauf reagiert. Wie reagiert er da drauf? Das ist jetzt, jetzt gehen wir die Karrierestufe hoch. Das Anti-Objekt, was hier noch sozusagen nur ein persönlicher Zweifel ist, er weiß ja noch nicht mal, ob dieser Zweifel geteilt wird, der wird hier entgegengenommen. Also er wird erst mal nochmal geäußert. Yeah, Jude, I don't know how we'd be able to drop anything on that as far as current. Oh, jetzt habe ich zu schnell gesprungen. Also der P1 nimmt diesen persönlichen Zweifel entgegen, reagiert gar nicht gegenüber dem Waffenoffizier darauf, also er sagt ihm nicht, was er davon hält, sondern switcht den Kanal, er geht in den zweiten Kanal, den Kanal, der ihn mit dem anderen Flugzeug verbindet, und gibt sozusagen den Zweifel schon als gemeinsamen Zweifel weiter. Und das ist hier, das ist ganz interessant, dass er gar nicht auf den anderen, auf den Kollegen reagiert und ihm sagt, ich gebe dir da recht, oder so etwas, sondern er kommuniziert direkt mit dem anderen Piloten und sagt, Yeah, Jude, I don't know how we'd be able to drop anything on that as far as current ROE, Roots of Engagement and stuff like that. Und das Interessante hier ist, ist, dass hier nicht einfach nur ein Zweifel geäußert wird, sozusagen eine, wie auch immer, persönliche Meinung, sondern dass dieser Zweifel ausgestattet wird als professioneller Zweifel, als eine professionelle Skepsis. Die wird sozusagen objektiviert. Hier wird unmittelbar mit Bezug auf diese Rules of Engagement, wird gesagt, wir als Soldaten, also verantwortliche Soldaten, äußern hier unsere Zweifel im Lichte der Checkliste, die wir bei solchen Angriffen durchgehen müssen. Also es ist sozusagen hier, wenn man so will, ein legitimierter Zweifel, der in dieser Hinsicht, weil es auch nach außen tritt das erste Mal, durchaus sozusagen mit einer bestimmten Berechtigung daherkommt. Der kann sozusagen nicht so leicht womöglich zurückgewiesen werden. Das ist jetzt ein richtiger Karrieresprung. Aus dem persönlichen Zweifel wurde jetzt sozusagen eine Stellungnahme, eine professionelle Stellungnahme gegenüber dem anderen Piloten. Interessant, während wir jetzt sozusagen die Karriere des Antiobjekts verfolgen, interessant zu sehen ist, dass diese Zweifel und diese Kommunikation jetzt nicht dazu führen, dass die Bearbeitung des Befehls sozusagen gestoppt wird. Oder dass die sagen, wir klären das erst, bevor wir überhaupt an dem Befehl weiterarbeiten, sondern mitlaufend parallel werden alle technischen und so weiter Handgriffe weiter vollzogen, die nötig sind, um sich für die Befehlsausübung bereit zu machen. Also es werden sozusagen alle Fragen geklärt, um auch gegenüber der Kommandozentrale zu signalisieren, dass man inmitten sozusagen der Befehlsvorbereitung, der Befehlsbefolgung sich bewegt. Diese mitlaufende Darstellung hört überhaupt nicht auf. Das ist ein wichtiger Punkt, der nochmal zeigt, dass dieses Leitobjekt sozusagen hier nach wie vor das Dominante bleibt und das Antiobjekt dem sozusagen untergeordnet ist. Und dann haben wir einen weiteren Karriere-Schritt, der sich jetzt vollzieht zwischen W1 und P1, also aus dem ersten Pilot. Sie fangen an zu gucken, ob der Befehl nicht so gewisse Schwächen und Anfälligkeiten hat, so gewisse Pressure-Points, wo man mal drücken könnte, um ihn vielleicht zu schwächen. Also da ließe sich das Objekt des Befehls schwächen, einen ersten Punkt, den Sie da sozusagen auf Vorschlag wiederum des Weapon-Officers finden, ist nachzufragen, was denn mit den Fahrern der beiden Trucks ist. Das ist deswegen wichtig, weil wenn diese Fahrer dort noch vor Ort sind, dann wären das sozusagen Friendlies und dann wäre die Bombardierung sehr viel mehr sozusagen begründungsbedürftig bis auch unmöglich gemacht. Deswegen wird hier sozusagen vorgeschlagen, der W1 schlägt vor, dass doch P1 die Frage, was ist denn mit den Fahrern sozusagen an die Leitzentrale einmal stellen könnte. Und dieser Versuch, also einer Testentwicklung und dann einer Testdurchführung des Leitobjekts, wird tatsächlich dann auch in die Tat umgesetzt. Das ist dann die Episode 7, der P1 switcht den Channel, also switcht zum dritten Channel und gibt das sozusagen unmittelbar an die Leitzentrale weiter und sagt, confirm these are the stolen trucks and while they were stolen, did they kill the drivers or what was the situation? Auch hier wiederum natürlich mit einer, also natürlich kann man, das ist Quatsch, aber mit einer gewissen Wendung, indem er diese Frage als eine Frage nach einer Confirmation stellt, wird sozusagen der, wird keine Unterstellung erzeugt, ihr wisst doch gar nicht, was mit denen ist, sondern es wird sozusagen die Unterstellung gemacht, ja darüber habt ihr euch bestimmt auch schon Gedanken gemacht, das könnt ihr uns bestimmt ganz einfach beantworten, diese Frage. Und der JTAG sagt dann, Also diese Frage wird in gewisser Weise in dem Sinne abgeräumt, sozusagen formal abgeräumt, dass die Bedingungen für die Befehlsausübung hier sozusagen nochmal bestätigt werden, dass nämlich alle Menschen unten Aufständische sind. und das sozusagen als Befehlsgrundlage den Befehl dann auch sozusagen unbeschoren lässt. Wie sind wir mit der Zeit? Habe ich noch ein bisschen? 20 Minuten. Gut, Sie können noch. Nachdem also dieser erste Versuch der Schwächung des Objektes sozusagen fehlschlug, werden weitere, wird das Antiobjekt weiterentwickelt. Es wird jetzt entwickelt in die Richtung, ob nicht auch andere Möglichkeiten auf diese Situation dort unten am Boden zu reagieren bestehen. Der Weapon Officer bekräftigt nochmal den Zweifel. I mean, I don't know if we can drop on this. You know what I mean. Und diesmal gibt es die direkte bestätigende Entgegnung. Yeah. How would we work? Through, und das ist jetzt wieder gestrichen. Also es geht jetzt auch darum, mit welcher sozusagen Waffenstärke sozusagen da vorgegangen wird. Aber dann kommt etwas Wichtiges. I don't know if it's a tick or where the friendlies at. And tick heißt, das ist ja sozusagen ein Standardbefehl, das ist Troops in Contact. Also so wurden sie angefordert, sonst wären sie gar nicht erst gekommen, die amerikanischen Bomber. Der Oberst Klein hat behauptet sozusagen, dass die Aufständischen in Kampfkontakt wären und deswegen eine gewisse Dringlichkeit besteht, dort das Feld, wenn man so will, zu bereinigen. Und jetzt gibt es sozusagen tiefer sitzende Zweifel an der Berechtigung, überhaupt so einen Befehl auszusprechen. Also wenn es dort keine Gefahr für die eigenen Truppen gibt, weil die Aufständischen dort allein auf weiter Flur sind, die Kaserne, wenn man so will, dort ist fünf Kilometer entfernt und die Trucks stecken fest. Also es war jetzt sozusagen nicht unbedingt Gefahr im Verzug und diesen Zweifel hegt sozusagen der Pilot. Und das gibt wiederum Anlass, weitere Tests an den Befehl heranzutragen. Und unten wird das nochmal vom P1 bestätigt, das heißt No Like Imminent Threat or Any Offset. Und das ist sozusagen eine ganz grundlegende Anfälligkeit der Befehlslage. Imminent Threat ist sozusagen diese Bedrohungslage. Und das wird jetzt weiterverfolgt. Ich will das ein bisschen abkürzen, dass der P1 genau diese professionelle Einschätzung an den zweiten Piloten weitergibt. Und diese beiden sich jetzt daran machen, zu überlegen, welchen Alternativvorschlag sie machen können. Und das ist jetzt sozusagen die Spitze der Karriere dieses Antiobjekts. Also was könnte man einem Befehl am weitestgehenden entgegenbringen? Nicht nur hier den grundlegenden Zweifel an der Berechtigung des Befehls. Das ist tatsächlich etwas, was sie nicht gegenüber der Kommandozentrale sagen, weil das wäre sozusagen eine weitgehende Infragestellung der Autorität. Was sie aber vor dem Hintergrund machen, ist, gemeinsam einen Gegenvorschlag zu erarbeiten. Und dieser Gegenvorschlag bezieht sich darauf, ein Show of Force zu machen. Also was könnten wir machen, um unseren Verdacht, dass dort nicht alle Insurgents sind, da das Schlimmeres zu verhindern. Wir könnten einen Tiefflug machen und dadurch die Leute, die dort bei den Trucks versammelt sind, warnen und dann ihnen auch die Gelegenheit zu geben, das Weite zu suchen. Also hier zum Beispiel, Well, we couldn't drop on the trucks, that would have to work as well. It's not an imminent threat. Aber hier noch davor, Yeah, I'm really looking to find out the status of the people inside and then what's inside the trucks. And then if we can do a show of force, scatter the people and then blow up the trucks. Da ist sozusagen ihre Strategie wäre, einfach nur die Trucks zur Explosion zu bringen, aber ohne diese vielen Leute, die da drumherum sind. Wir kommen jetzt hier zum Schluss der Geschichte. Also dieser Vorschlag wird dann tatsächlich auch unterbreitet. Und mit dem Effekt, dass der JTAC sagt, Yeah, also nochmal die Befehlslage bestätigt, Yeah, those trucks are an imminent threat. So those insurgents are trying to get all the gasoline off the tanks and after that they will regroup and we have got intel information about current ops, so probably attacking Camp Kunduz. Jetzt habe ich tatsächlich was Wichtiges übersprungen, dass nämlich hier die Zentrale tatsächlich nochmal auch diesen imminent threat darstellt, um den Befehl zu legitimieren. Aber wichtig ist dann der Punkt, dass mit dieser Antwort die Bemühungen für ein Antiobjekt gestoppt werden und der Befehl, die Befehlsausführung auf dem ersten Channel zwischen Pilot und W1 sozusagen füreinander, erklären sie sich den Abschluss ihrer Bemühungen, das Antiobjekt weiterzuentwickeln und den Befehl zu akzeptieren und ihn tatsächlich zur Ausführung zu bringen. Let's set up for the attack ist dann sozusagen der Schluss. Das, was ich übersprungen habe, ist tatsächlich wichtig insofern, als Sie sich mit der Kritik an diesem Befehl, also Kritik auch an der Befehlslage des imminent threats, tatsächlich ja hier, P1 confirm, one last time these packs are an imminent threat, tatsächlich am weitesten hervorwagen und den die Befehlslage tatsächlich am weitestgehenden infrage stellen, aber sich auch hier sozusagen eine Reformulierung des Befehls, der Befehlslage einhandeln. Und daraufhin geben Sie auf und führen den Befehl auf und bombardieren diese Tanklastzüge ohne weitere Warnungen und verursachen damit das Sterben von rund 130 bis 150 Menschen, Frauen und Kinder und so weiter, die dort auch vor Ort waren. Und diese Bemühungen sind dann sozusagen gescheitert. Ich möchte jetzt nochmal diese Analyse, die jetzt hier vielleicht so ein bisschen schnell ging, ich hoffe, Sie konnten so einigermaßen folgen, will ich nochmal einordnen. Wir haben sozusagen zwei Karrieren. Wir haben einerseits die Top-Down-Karriere des Befehls. Das ist sozusagen eine Order, die wird auf den dritten Channel gegeben und die wird über den zweiten und ersten Channel sozusagen klein gearbeitet, runtergearbeitet bis zur Exekution. Und gleichzeitig haben wir eine gegenläufige Karriere des Anti-Objekts, die tatsächlich im intimsten Kommunikationsrahmen beginnt. Und das ist die Crew des Leitflugzeugs, des Leitbombers. Da werden diese Concerns sozusagen geteilt. Auf dem zweiten Channel mit dem anderen Flugzeug werden diese Concerns in so eine Art professionelle Skepsis überführt, bis hin dazu, dass man dann auch beim dritten Channel, beim dritten Kanal Alternativvorschläge unterbreitet. Das ist sozusagen dann die anders laufende Karriere. Und für die Karriere, das ist ja sozusagen eine Relevanzkarriere, das ist die Vorstellung, die Relevanzkarriere des Objekts. Also sozusagen wie viel Unterstützung bekommt das Objekt, wie viele Mitglieder sozusagen gruppieren sich hinter das Objekt, für wie viele Mitglieder spricht man dann im Namen des Objekts. Und das ist sozusagen von der Crew über die ganze Gruppe der Befehlsempfänger bis hin zur Befehlzentrale. Aber die Befehlzentrale sozusagen teilt dann dieses Objekt nicht mehr. Und damit ist dann diese Karriere des Antiobjekts beendet und gedeckelt, könnte man sagen. Und jetzt könnte man hier fragen, ja wie ist denn jetzt das Verhältnis dieser beiden Karrieren zueinander zwischen Befehl und Befehlsverweigerung? Was man als erstes sieht, ist, dass es hier keine offene Konfrontation gibt. Also es gibt an keiner Stelle sozusagen eine Kommunikation, wo gegenüber der Leitzentrale gesagt wird, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, bleibt rein intern, bleibt sozusagen auf der Hinterbühne zwischen denen, die eine Vertrauensbasis haben oder dann auch zwischen denen, die eine Vertrauensbasis etablieren, indem sie antesten. Was sagen die von dem anderen Flugzeug dazu? Die sind tatsächlich in Teilen anderer Meinung, aber man testet vor, wie weit man hier sozusagen auch professionellen Zweifel äußern kann, ohne da auf Widerstand zu stoßen. Also es gibt keine offene Konfrontation. Es gibt stattdessen so etwas wie ein Austesten und Versuchen, wie weit man so etwas wie eine Infragestellung des Befehls tatsächlich treiben kann. Es gibt dann allerdings, und man muss sich ja jetzt vorstellen, das findet ja alles in sozusagen Windeseile statt, unter Hochdruck. Das ist ja sozusagen eine Situation, die die Beteiligten sehr beansprucht. Und gemessen daran ist sozusagen der Aufwand, der hier betrieben wird, neben dem sich Fertigmachen für die Befehlsausübung sozusagen sich in Stellung zu bringen und das Ziel sozusagen anzuvisieren, auch nochmal Tests zu machen, ob tatsächlich keine eigenen Bodentruppen dort in der Nähe sind und so weiter, also auch eigene Fahrzeuge oder dergleichen. Also gemessen daran ist dann der Aufwand, dieses Antiobjekt voranzutreiben, tatsächlich groß. Es gibt verschiedene Runden, in denen das sozusagen über die verschiedenen Channels hinweg betrieben wird und das ist sozusagen beachtlich, der Aufwand, der hier betrieben wird. Es bleibt aber gleichwohl das Nebeneinander dieser Bearbeitung. Wie ich schon sagte, es kommt nicht zu einer Einklammerung des Befehls, ein Moratorium und man sagt, lass uns das erst klären. Und dann ist der fünfte Punkt, ist glaube ich wichtig, weil wir dürfen nicht vergessen, dass all das, was jetzt dort im Funkverkehr geäußert wird, auch gleichzeitig aufgenommen wird. Also es ist zwar nicht transparent für die Kommandozentrale während des Einsatzes, es ist aber gleichzeitig eine Art mitlaufende Dokumentation der Bemühungen der beteiligten Befehlsempfänger. Und was sie im Grunde bei der Verfertigung des Antiobjekts machen, ist, dass sie zugleich Rechenschaft darüber ablegen, sozusagen mit welcher Vorsicht und mit welcher Zurückhaltung sie vorgehen. Das wird dann im Nachhinein, ist das dann tatsächlich wichtig, also dass die, die die Bombardierung durchführen, auch ihre professionelle Sorgfaltspflicht belegen können. In diesem Sinne ist jetzt das Antiobjekt überhaupt nicht gescheitert, sondern versichert sozusagen die Befehlsempfänger auch gegenüber den Befehlenden, dass sie alles getan haben, was in ihrer Macht steht, sozusagen hier einen womöglich nicht korrekten Befehl zu verhindern. Und ein weiterer Schluss, den man aus der Fallstudie ziehen kann, ist, dass hier die Befehlsgewalt strukturell abgesichert oder präferiert wird. Also wir sehen das einmal darin, also einerseits wissen wir jedes A und jeden Zweifel der Befehlsempfänger, das ist sozusagen auf Band und das wird transkribiert und das liegt vor. Gleichzeitig ist aber die Rechenschaftspflicht des Befehlsgebenden im Grunde auf den Befehl selber eingeschränkt. Es gibt hier darüber hinaus, außer dass man einfach dann mit gewissen Formeln den Befehl wieder und wieder sozusagen bestätigt, gibt es keine weitere Rechenschaftspflicht. Es gibt auch keinerlei Dokumentation darüber, was jetzt der Oberst Klein mit dem JTAG verhandelt hat oder welche Anweisungen er ihm gegeben hat. All das ist geblackboxed. Und in dem Sinne ist hier der Befehlsgeber abgeschirmt. Und das hat natürlich wichtige Implikation dafür, wie sich hier so etwas denn im Nachhinein nicht nur untersuchen ließe, sondern auch rechtlich womöglich verfolgen lässt. Hier wird sozusagen der Befehlsgeber geschützt. Gleichzeitig haben wir, und das ist jetzt, glaube ich, das kann ich zusammenfassen, die Befehlsempfänger sind sozusagen tätig, nicht nur dem Befehl entgegenzunehmen, sondern während sie dem Befehl entgegennehmen, während sie ihn anzweifeln, genauso eine mitlaufende Rechenschaft abzulegen. Und das Anti-Objekt hat in diesem Sinne durchaus die Funktion, so etwas wie eine Wahrung der Sorgfaltspflicht vorzuführen. Also im Grunde so einen Account zu machen, wo sie selber dann auch als sorgsame Soldaten in Erscheinung treten und auch die Verantwortlichkeit klar zuwenden können. Ich komme zum Schluss, und das ist jetzt sozusagen eine Irritation dessen, was man dann bei Max Weber mit der Befehlskette findet, mit diesem maschinenähnlichen Betrieb des militärischen Apparats. Im Grunde ist der Befehl, das zeigt die Fallstudie, der ist nicht gegen alles imprägniert, sozusagen. Der ist nicht einfach eine durchlaufende Größe, die nicht auch sozusagen infrage gestellt werden könnte. Wir haben hier verschiedene Bedingungen, die sozusagen eine Anfälligkeit des Befehls in Ansätzen andeuten. Das ist einmal die im Vollzug der Operation dann nicht durchgängig transparente Kommunikationsstruktur. Also wir haben hier die Vorder- und Hinterbühnen, die durchaus Möglichkeiten geben zu einer Organisierung von Widerstand, könnte man sagen. Wir haben gleichzeitig eine Reihe von Regularien, also wir haben die Rules of Engagement gehört. Leute, es gibt auch sozusagen internationales Kriegsrecht und so weiter, die zwar nicht wirklich zur Wirkung kommen, also man kann nicht sagen, dass die Leute sich sozusagen danach verhalten, aber sie legitimieren bestimmte Zweifel. Also wie wir gesehen haben, als der Pilot sozusagen den zweiten Piloten, also mit dem Zweifel nach außen ging, da haben dann diese Regularien durchaus den Sinn und die Funktion zu begründen, warum man jetzt hier zweifeln darf, warum man erlaubt ist zu zweifeln. Weil nämlich hier sich andeuten, also bestimmte Diskrepanzen im Lichte der Regularien. Das wäre sozusagen eine weitere Anfälligkeit. Dann haben wir als dritte Anfälligkeit, aber also die Wissensbasis für so eine Attacke. Die Wissensbasis, die hier sehr unklar ist, die im Grunde darin ihre Anfälligkeit zeigt, dass sie gar nicht offen gelegt ist. Also was eigentlich der V-Mann dort vor Ort tatsächlich sieht, was denn dort tatsächlich vorgeht, das bleibt im Unklaren. Also zum Beispiel die Frage nach den Fahrern, wäre im Grunde ein Einfallstor gewesen. Wir sehen aber auch, wie diese Anfälligkeit dann wiederum bearbeitet werden kann von der Kommandozentrale, indem man nämlich einfach behauptet, ohne es zu wissen, soweit wir wissen, sind alle all insurgents. Das ist sozusagen wie eine Trumpfkarte, die dann einfach gezogen wird, ohne dass man Näheres weiß. Aber nichtsdestotrotz deutet sich auch da eine Anfälligkeit an. Und die letzte Anfälligkeit ist vielleicht die wichtigste, dass es einen Unterschied macht, ob man einen Befehl gibt und irgendeine Position in der Befehlskette innehat oder tatsächlich diese Tötung vornimmt. Und dass hier die Piloten sozusagen eine größere Wachsamkeit und eine größere Sensibilität an den Tag legen, als die Kommandozentrale, lässt sich zunächst einmal auch darauf zurückführen, dass sie die sind, die den Knopf drücken. Und weil sie den Knopf drücken und diese Tötung vornehmen, sind sie auch aufgerufen, sich womöglich mehr als andere abzusichern, dagegen etwas fahrlässig zu tun. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus